. Habt ihr euch mal gefragt, wer das sein könnte, der Kali so zugerichtet hat? Und den Sigi? und wer die Schnur im Garten des Doktors gespannt hat und die Scheune angezündet. Haben Sie keine Angst, dass Ihre Schüler Sie auslachen, wenn Sie da so mit mir tanzen? Raffin, pass auf! Warum soll Gott wollen, dass du stirbst? Müssen alle sterben? Ja. Wirklich alle? Ja. Darf ich hierbleiben diese Nacht? Schicken Sie mich nicht weg. Ich habe Angst auf der Landstraße. Ich weiß jetzt, wer all diese Verbrechen begangen hat. Wer? Du bist unser Gott, dein Gute, wir uns verhaften. Ihr hilft uns frei aus aller Not, die uns jetzt hat getroffen. Mühe ich mich, euch Gottes Wort nahe zu bringen und euch in seinem Geiste zu verantwortungsvollen Menschen zu formen. Verzeihen Sie, Herr Vater. Bitte verzeihen Sie. Weiß ist, wie ihr alle wisst, die Farbe der Unschuld. Es soll uns auch geliehen. Geist. Verzeihni. Untertitelung des ZDF, 2020